Die Nummer auf Cyrano's Handy führt uns zu einem Nachtclub, das Vestalo. Das liegt in einer Gegend mit der höchsten Kriminalitätsrate von New York. Perfekter Ort für den nächsten Betriebsausflug. Nicht wahr? Missai? Ja, kleiner Scherz. Die Gegend ist natürlich völlig ungeeignet für einen Betriebsausflug. Das ist alles runtergekommen, das sind Schlaglöcher. Mach halt nicht weiter, Mann! Gut, um das Leben von Mr. Cotton, meinem Partner, vorübergehend, zwillig, um sein Leben nicht zu gefährden, ist es wichtig, dass unser Einsatz so unauffällig wie möglich abläuft. Was Ihr äußeres Profil angeht, sollten wir dezent vorgehen. Mein Undercover-Dezent-Dozent, Dr. Windermere, hat immer gesagt, weniger ist mehr. Ich war so frei, mir einen unauffälligen Undercover-Namen für Sie auszusuchen. Was halten Sie von Nathaniel McManister? Ich bin back.